Oh! Falsche Richtung! Ok, da unten war noch eine. Rabums, Rabums! Kaputti, Kaputti, so. Aber jetzt wollen wir mal zum Raubzug kommen, ne? Aaaaah! Ich sag ja, ich hab zwar die linke Hand trainiert, ne? Aber irgendwie... Ich will halt heute nicht so recht mit dem... Gamepad. Mann, Mann, Mann. Komm, wir sind gleich dabei unter das Schiff. Da unten ist es. Oh, oh, oh! Hä? Ängeligeierat Geras! Genau! Ängeligeierat Geras, ja, ja! So, zurück! Warte mal! Das hat mir diese Nehmes so nicht gekriegt. Aber ist das schwierig hier mitfahren? So. Segel setzen! Mehr Segel! 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 Hä? Haben wir gerade irgendwas überfahren? Ich glaube, ne? Hihihihi! Da vorne ist noch von dem Plündern. Lass mal kurz gucken. Aber da waren wir schon, ne? Die Plünder... Warte mal kurz. Die... Ist das die Plünderei oder ist das Kloster? Hier sind zwei Kreuze. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Ja, das hat mir schon geplündert. Wir wollen hier... Oh Gott. Wollen wir gesagt, wo wollten wir plündern? Ach nee, wir waren doch... Wir hier unten müssen. Ich habe mich irritieren lassen. Von hier oben. Doch wieder zurück. Schnellere, dann können wir auch ein Boot holen, ne? Komm. Das machen wir einfach mal. Wir sparen uns jetzt mal das ganze Gereise und Gedödel. Ah... Nee, nee. Terra Terra. So. Können wir gleich mal das erste Mal hier... Juuuuh! Den Todesprung machen. Geil! So. Gott. Ist hier was gewesen? Äh... 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 Da ist noch ne Nebenquest. 294 Meter. Komm mal raus. Hallo? Da wollte ich raus. Der Sack. Wo ist hier die Nebenquest? Du... Du, du, du... Du. Du. Die muss da unten irgendwo sein. Komm, rauf sie... Ich werde mal mit der Maus laufen. Das will heute nicht, irgendwie nicht klappen mit dem Gamepad. Wie weit? 204, okay. Aber mit Tastatur. Aua, 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 aua. Moment. Ich werde mal kurz mein Laptop ein bisschen anders hinstellen. Bisschen spierfreundlicher oder armenfreundlicher. Mal gucken. Ne, hatten wir ja ausgestellt. Okay, war die falsche Taste. Na, wir lassen das mal so. So, da rüber. Da gibt es eigentlich eine Ne-Mission, okay. Ne. Okay. Wie war... Dann frag ich mich gerade, wie hier der Ditt hier ist. Ne, ich bleib mal so mit. Entweder laufen wir mit der Tastatur. Also hier ist sie mit der Maus. Da ist sie. Ich zeige uns mal kurz an. Was siehst du da oben, Sühnen? Okay, haben wir gesetzt, ne? Ja. Okay. Scheinen keine Feinde zu sein. Willkommen in meinem Königreich. Ich suche ein Bündnis, das beiden Seiten zugute käme. Okay. Scheint nix. Hä? Bitte, ich will ein starkes Bündnis schmieden, um mein Königreich zu festigen. Ich bin... Oh, was habe ich hier? Was liegt hier? Kronik des Königs von Lord Sex. Dies ist das Inselreich von Lord Sex. Erster meiner Linie stamme ich von einem uralten Sippe ab. Nun will ich mein Vermächtnis sichern. Dieses Land der Angeln ist nicht für meine Brüder bestimmt. Die Thronräuber des alten Königreichs von Lord Sex. Sie müssen ebenso ehrlos behandelt werden, wie sie mir gegenüber kriegen. Und wenn sie sagen, er ist kein König. Ich herrsche. Niemand sonst. Okay, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Nicht, dass er mal dazwischen gelabert hat. Der Troll. Bitte, ich will ein starkes Bündnis. Nein, nein, nein. Wir haben uns darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König, deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sag ich Bescheid. Armreif. Armreif finden. Wo könnte er denn sein? Da im Wasser, ne? Ach, da ist das Wrack. Okay. Na? Sag ich jetzt mal so, ne? Komm, können wir rüber. Na gut. Oh da. Nicht ein Leichner, aber aha. Kostbare Armreif. Wunderbar. Auftauchen. Wie war Auftauchen? Hallo? Ich will Auftauchen. Gibt's hier noch mehr zu plündern? Gibt's hier noch mehr zu plündern? Meines Königs würdig. Danke da. Okay, dann können wir... ...sonst ist nichts weiter, ne? Dann wollen wir den Verbündeten, so. Dann kommen wir auch hier drauf. Nein? angels następst ab, okay. Okay. Dann tocake. Dann wollen wir zurück. Können wir uns einsam nehmen? Alles satt. Lesen. Einziger Fählerbrief mit Rabenblut darauf. Werter Uber, König der Diener. Unser Bruder Eckwald von Garnix ist durchgetreten und hat uns in unser Landschiff eingestellt. Ich schreibe diesen Brief mit einer Fähle, die ich einer treuen Falten ausgerissen habe. Dieser Brief ist mit unserem Blut besiegelt. Wir werden an deiner Seite kämpfen, wenn du bitte Männer senden könntest, die unseren Irrenbruder töten. Der eine Insel für sich beansprucht und Treue einfordert, selbst aber nicht einmal seinen eigenen Brüdern gegenüber Treue ist, die ihn über das Nordmeer ins Land der Angeln brachten. Eckfried und Siegfried von Nordwege. Hm. Sollen wir den König töten? Ich weiß nicht. Die Verrückten... Moment. Na dann mal plündern. So. Ja ist die Frage, ob wir den jetzt äh... Hä? Können wir den auch kaputt machen? Da hin. Ne. Okay. Ist nur die Frage, ob wir ihn töten sollten? Oder... Na komm. Äh. Ganz schön außer Atem, die Frau. Ja Gott. So, wir gehen mal hoch. Entweder geben wir ihn jetzt den Arm, Rolf. Mal überlegen. Können wir noch töten? Warte mal. Äh. Wo ist er? Dort fahren Kreuz. Da. Ne. Okay. Nein, wir geben ihn das Ding. Achso. Ich wollte ja noch... Weil ich gerade sehe... Ich wollte ja das eine noch rumtauschen. Unsere Fähigkeiten... Probier hier. Weil die A-Taste irgendwie jetzt nicht funktioniert. Genau. Zuweisen. Machen wir auf Y. Gut. Das wollte ich nochmal schnell machen. Na gut denn. Tötötö. Hallo.